Sawadee Krap, auch der Thailandmeister der den Paarhut still möchte in Berlin, wollte mir helfen, jetzt wo ich den Clip geträgt habe mit Rocky, Motivation und vor meinem Leistungszusammenbruch gesprochen hat mit David Drassl, mit dem Telefonat anrufen, sehr geholfen und vor meinem Leistungszusammenbruch habe ich eine Schwierigkeit gehabt und da hat mir der Thailandmeister aus Berlin sehr geholfen mit einem Foto und mit einem Brief, wo mich sehr darüber gefreut haben und das sind jetzt Schüler von ihm, die begeistert auf dem Handy Clips von mir angucken und anschauen und man muss sagen der Thailandmeister ist auch sehr hervorragend in Berlin mit seinem Paarhutstil und seine Schüler sind hervorragend und die kennen alle was und wenn die so bewundernswert meinen Clip anschauen und dann noch geschrieben wird, das sind Fans von mir, dann baut mir das auf und gibt mir Kraft einfach weiter zu kämpfen und natürlich würde mir wünschen mit dem Thailandmeister in Kontakt zu drehen, mit dem Clips zu drehen oder mit seinen Schülern und das würde mir auch freuen mit David Drassl in Kontakt zu drehen und Clips zu drehen ja und mal sehr was zustande kommt also das Foto mit den Fans, mit den Fans, das hat man schon sehr aufgebaut und ja, da glaubt man irgendwo wieder an die Menschen, an Menschlichkeit, an menschliche Werte, wenn es einem schlecht geht und jetzt einige Menschen euch helfen wollen, ob es jetzt der David Drassl Stimme geholfen hat, aus Hamburg, ob es jetzt die Kampfkunstschüler und Großmeister oder Großmeister aus Berlin ist, der mir helfen will, der Thailänder und da möchte ich auch was auf Thailändisch sagen, Gondi und natürlich freuen wir uns mit den Jungs in Kontakt zu drehen und weiter befreundet zu werden, auch mit dem Thailandmeister und auch mit David Drassl und vielleicht können wir zusammen YouTube Geschichte schreiben